Hey, schau, Leute, willkommen zu euch zu euch bei Pokémon-Norot. Ich bin Chester Renevive und, äh, bist du auch ein Trainer? Na, muss ich kämpfen. Ich find's immer nur geil, dass hier nach Roccos Straße, nach Roccos Street, gefühlt die gesamte Sammlung von Leuten aus der Stadt hier abhängt. Okay, Katschuppi. Ich glaub an dich, you can do it. Maybe. You can do it, maybe. Du hast gute Chancen. Manchmal. Vielleicht. Nicht unbedingt. Doch nicht, okay. Du, du schaffst es zwar, aber... Aber... You will die. Ja, komm da raus. Okay, Katschuppi wird diesen Tag nicht überleben. Seht ihr, das ist der Grund, warum ich keine Nasslock machen würde. Genau aus solchen Gründen. Ich wär ein schrecklicher Trainer. Ich wär ein schreckliches Katschuppi. Aber das hier ist jetzt schon... Das ist schon Endurance-Training, ne? Das ist schon Ausdauertraining. Oh shit, das Raupi. It's dat Raupi. Wir haben mal Bugbumble. Na, fuck Bugbumble. Ich fahre mir mittlerweile, warum ich Bugbumble überhaupt hab. Ach ja, weil Beepo an sich cool ist. Das ist nur absolut wertlos. Randomizer Nasslock. Ist das nicht an sich noch retardeter, weil du irgendwie... Zu Anfang Pokémon kriegen kannst mit Pech, wo du nicht fangen kannst. Weil einfach deine Empfangrate zu hoch, äh, zu Dings ist. Na, ich hab kein... Oh nein, nicht Safkorn. Oh nein. Look at my dick. Ich bin ja der Meinung, Leute, die ein Safkorn mit sich rumschleppen in ihrem Hauptteam, die kompensieren. Muss ich jetzt ja machen. Ganz ehrlich sagen. Wurde mal ganz ehrlich sagen hier. Mein kompensierender Freund. Killer Queen, Level 13. Sehr schön. Wies ist ein, auf den ich mich hier verlassen kann. Oh, Gottes Willen. Oh shit, ich hab ganz vergessen. Katschupi stirbt. Jetzt nicht mehr. Ich kann doch nicht immer meine gesamten Tränke einfach jetzt an Katschupi verballern. Hey, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Okay, du hast deinem Bruder erzählt, er soll... Okay. Buh, buh. Habitag. Oh. Es sieht ja schon fancy aus, ne? Und ich würde es ja auch am liebsten hier jetzt lassen. Aber ich überlasse es mal, Gobble. Because fuck, Gobble. Yeah, fuck, Gobble. Fuck you. Flashbang! Unter anderem, weil er der einzige ist vom Level her, der es einfach machen könnte. Alter, einfach mal ein Level 14er. Flashbang! Okay, Flashbang ging daneben. Flashbang ging daneben. Aber versuch's weiter. Oder heu mir ein Ohr ab, das ist auch okay. Flashbang! Das war mal ein Habitag. Katschupi ist Level 8, nice. Katschupi ist ziemlich flink für sein Level schon. So, und nun mal so nebenbei. Jetzt müssen wir schon wieder zurück und nochmal einkaufen. Beziehungsweise, ja. Wisst ihr, wir sind jetzt wieder der Kunde, der zehnmal am Tag einkaufen geht, weil er immer irgendwas vergessen hat. Ja, aber war... Ach, was will der denn jetzt schon wieder? Alter, die geben ja alle kaum was. Belgier! Wofür nehme ich euch denn das Taschengeld aus der Tasche? Oh, die Kalamba. Alles muss man selber machen. Ich sprügele deine Pokémon. Und das mache ich auch noch gratis? Vor allem, ich weiß, die haben da einen Pummelhof stehen, ne? Warum haben die da einen Pummelhof stehen? Als wäre es irgendwie... Ne? Ein Soldat. Soldat Pummelhof. Ready to honor. Ready to fight. Ready to pummel. This is why... Ne? Was ist denn hier? Ich guck ne Wand an! Bitch! Es geht hier nicht nur um dich! Ne Göre. Eieiei! Los, Katsuppi. You can do it. I trust you. Nice. Autsch. Okay, das Ding two-hitted mich. Ja, ich überlasse das mal, lieber Killer Queen. Volltreffer. Alter, du hast einen Ratzfratz-Sondergleichen. Das muss ich dir mal nebenbei erwähnen. Ratzkeek! Noch ein Voll... Okay! Ich hab das Geld ja, ne? Ich kann ja immer wieder zurück. Du, du hast auch einen Midoran. Alter, how fucking dare you? Und jetzt ist... Oh my God, it's a Demon! Slap it! Slap it! Pah! Ach ja. It's no use. Totally forgot. Eh doch. A Horn-Attacken! Keputke! Oh yeah. Oh, bleib immer nett. Ja. Ich werd mir das merken. Neue Pokémon wollen kämpfen. Es ist schön. Dass deine neuen Pokémon das wollen. Hab ich mir erzählt, dass es mir egal ist, was deine Pokémon wollen. Robby! Komm, Katsuppi. Ein Tackle oder was auch immer da kommt, das wirst du auch überleben. Oh, crit. Ja. Da hört's auch schon wieder auf. Äh, shit. Okay, das muss Gobble machen, weil der Rest ist ein bisschen angeschlagen. Äh, vielleicht doch nochmal zurückgehen sollen. Ja, Nuzlocke. Ich bin absolut, ich wär kein guter Trainer für sowas. Mein Team wär hier... Das Let's Play wär jetzt schon zu Ende. Wenn ihr sowas wollt, geht zu Zui. Der ist way more competent für sowas. Sim. Oh, ich hätt... Ich hätt Dings losschicken sollen. Und Katsuppi. Es sei denn, das Ding kann Tackle. Dann wär ich gefuckt. Nee, es kann nur härter. Wieso bin ich davon ausgegangen, dass es... Nee, Tackle kann. Deswegen, äh... Ich hab ja schon einige harte Dinger in meinem Leben gesehen, ne, aber... Dein Safcon, ne? Dein Safcon, ne? Das ist echt... It's hard, man. Oh, crit. Crit, ignore your shit. Oh, Level 14. Double nice. Giftstachel. Juhu. Du hast meine Pokémon besiegt. Oh, shit. Gobbelklop. Es entwickelt sich. Oh, shit. Oh, god. What the fuck? Oh, god. Was bist du? Visa-Klops. Visa-Klops. Du wirst ernsthaft. Jesus Christ. Es sieht aus wie ein kleiner, dicker Dino. Es sieht aus wie das Kind von Barney, dem Dinosaur. Oi, oi, oi. Oh, man, oh, man, oh, man. Oh, god. Visa-Klops. Oh, mein Gott. Was haben wir uns da angelacht? Ich meine... Let's look at it. Guckt euch diesen Knödel an. Ich meine, seine Werte, sein Spätz ist ziemlich gut. Was auch immer in diesem Status hier Spätz ist. Aber... Ich vertraue da lieber meinem Hamster. Oder Katschuppi. Katschuppi is... He's fast as fuck, boy. Und Bugbumble... Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Einen gemischten Salat auf dem Rücken. Yes, ja. Oh, Johnny. Ja, Spezial, nur... Spezial ist Spezialangriff und Verteidigung zusammen. Ah. Ah, okay. Okay, was... Kriegen wir hier irgendwas Schönes? Irgendwas Schönes hier? Irgendwas hier unten, was tatsächlich... Wow, ich hab das Glück eines Speedrunners. Was ist hier los? Meine Güte. Ein Habitag. Uh, ja. Eigentlich hab ich nach dir gesucht. In meinen Katschuppi, du kriegst es nicht tot, oder? Wow. Das erste Mal, wo ich gedacht hab, dass du's... Ja, was auf euch erwartet. Immerhin hier ist direkt das Nächste. Ready to die. Aber es muss ein bisschen geschwächt werden, wenigstens. Schnabel. Pfff. Puff. This should work. Die Frage ist, wie nennen wir dich? Wie nennen wir einen Habitag? Wie nennen wir einen aggressiven Vogel? Bloodwing zählt nicht. Kleinfogel. Er näht sich von Insekten, die ins Gras fällen. Ein starker Flügelstab fällen in der Luft. Du bist ein Vogel, alright, ne? Wie nennt man dich? Was ist ein guter Name für ein Vogel? Hier ist ein guter Name für ein Vogel. Board machine. it's bird person it's bird person damit leben wir jetzt das ist level 8 jesus christ aber bird person ne andenken an bird person rest in peace phoenix person da war eben mal ein zitat von dir auf twitter gepostet ich konnte ja anders okay warte wollen wir nachher machen gucken oh shit katschuppi lernt dönerwelle katschuppi ist so richtig er ist motiviert katschuppi ist motiviert katschuppi ist wie ich im rank es gibt immer sein bestes aber sein bestes reicht gerade mal für platin so killer queen müssen wir jetzt unbedingt mal irgendwann hochkriegen oder killer quen flash flash bang warum ist er diesen fucking ei 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 gift gift der gift schaden macht äh gift stachel macht nicht so viel aber das gift ist nice ist nicht mehr blockiert das ist schön warum musste hier deine fucking flash bang benutzen slam und dead alter pummelhof ist tanky gibt gute erfahrung vor allem bleibt mir fern du hast mich das ist oh gott ich muss mir grad nen feministen kommentar zurückhalten aber naja pause machen der weg durch den azurea city ist sehr beschwerlich ja und ich hab da jetzt schon keine lust drauf ich hab jetzt schon keine lust auf den mondberg mit den zuwads technisch gesehen die einzigen die da überhaupt was zu sagen haben sind katschuppi für zuwads und wenn uns ein kleinstein oh ich hätte ja gern einen kleinstein ne nicht damit ich mir äh bei geowads kann ich mir sowieso nicht holen das ist fuck leider mein ich hätte gern geowads ohne scheiß also geowads und generell georock sind schon cool aber ich denke mal das kann ich mir abschminken ja das problem ist ja ich diesen kommentar weitergeführt dann hätten wir jetzt irgendwer wieder an kopf geschissen du darfst ja heutzutage im internet nix mehr sagen weil sonst bist ja so instant irgendwie ein ganz böser und ich denke mir so ja ja ich hätte mal auch level 8 tun können aber wir haben jetzt bird person wir haben bird person bird person ist wichtig und katschuppi hat hier ein super trainingsort im grunde also von daher also wir ist es um ihn mal ein bisschen auf niveau zu bringen und ich wünschte ja ich hätte irgendwas womit ich bieber mal ein bisschen pushen könnte hey jeder jeder soll seine seine meinung kundtun wie er möchte um himmels willen oh mein god it's disgusting ich will jetzt nicht in meiner ich will fuck my life du pummelkant bobble oh mein god it looks horrendous kannst du mal damit aufhören ich schwör dir setz du nochmal gesang ein i will fucking slap you oh mein god dieser knosp sieht aus der perspektive ja noch schrecklicher aus oh god pixie will das maskottchen das hätte ich zugehend gesehen wie pixie das maskottchen vom pokémon wird das hätte ich zu gerne miterlebt das wäre eine merkwürdige zeit um alive zu sein apropos alive ich denke mal das war es von der folge heute wenn nicht wundert euch nicht bis zum nächsten Mal sehr Leute brüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü